Servus, Freunde der Natur. Heute sind wir wieder draußen unterwegs und wollen was erleben. Wir nutzen den freien Tag und machen mal eine kleine Runde. Wir sind in der Nähe von Kala auf dem Walbersberg. Wir machen erstmal nur eine kleine Ergründungstour in Verbindung mit ein bisschen Geocaching. Das macht den Kindern auch immer Spaß. Hier soll ein Piratenschatz in der Schatztruhe vergraben sein. Mal sehen, ob wir den Cache finden. Aber das ist nicht das eigentliche Ziel. Hier auf dem Walbersberg gab es eine Uferlagerung. Ende des Dritten Reiches wurden hier in riesigen unterirdischen Produktionshallen Flugzeuge der Firma Messerschmidt gefertigt. Vieles ist geschlossen, gesprengt. Und wir machen mal eine Erkundungstour. Mal sehen, was wir noch alles finden, wo wir vielleicht noch rein können. Mal schauen, was uns erwartet. Es wird erstmal bloß ein kurzes Video. Und vielen Dank an alle, die bei unserem letzten Video unseren Kanal abonniert haben und ein Like da gelassen haben. Es freut uns echt, mein Luke und mich, einfach zu sehen, dass es euch gefällt. Also seid gespannt auf viele weitere solche Videos. Und natürlich geht es auch bald wieder ins Erzgebirge. Da könnt ihr Klettervideos sehen. Also seid gespannt auf das, was noch kommt. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Video nach dem Intro. Also, wenn ihr komèiert? Aber diesmal. Aber ja就 втор Mal. Aber das war右 Gesamt. Da warriert d 1500 Uhr. Ja für jenes. Undblaas liegen. Bam. Ich habe mal. Da war es nicht mit. Oh großer. Per Klettervideos, bet abém dieppecke und吧uerscheier. und die Hörter geben will her. Um sehr komp Bayesle К Vicente heerst um dieses Video ausgelusところ. Verbrauchen Sie mal viel幅. Und dann IS�usables. Und dann ist alles sticking. Lewis, erst mal alsgeengo. und zum Beispiel. Ababäuigt 다시 guessing. Sehen, was hier ist. Ist hier ein Gang? Ist hier ein unterirdischer Gang? Oh, meia. Warte, ich mach dir mal eine Taschenlampe. Machen wir ordentlich. Komm, wir gehen jetzt durch den Spall. Schön leuchten. Wir haben doch was gefunden. Der geheime Zugang. Was war das? Das Gespenst aus der Höhe. Das ist das Mama-Gespenst. Geht's hier weiter? Ja, hier geht's wieder auf. So geht es zu leid. Ich weiß hier, aber... Warte, dann müssen wir da rechts zeigen. Warte, dann müssen wir da rechts zeigen. Dann gehen wir mal auf der anderen Seite hin. Gut, dann gucken wir mal weiter. Wir sind hier, also wir sind hier in Kala. Mama, er freck mich nicht auf. Ich weiß nicht. Hier wurden früher die Flugzeuge gebaut. Ich weiß, dass du nicht jetzt wegst, Mama. In unterirdischen Stellen. Mama! Ach, die ist schon lange draußen, die Mama. Das GPS-Signal deines Telefons ist verloren gegangen. Deine Aufzeichnung wird fortgesetzt. Die Position auf der Karte kann jedoch nicht bestimmt werden. Hier ist was. Mein Luke hat was gefunden, habe ich gesagt. Der ist gerade hier rein. Wir haben noch einen Eingang gefunden. YouTube hat sich erschreckt. Ja. Und das hier? Eine Tür? Und hier wäre es... Hier wäre es... Hier wäre ich nicht ein... Altes Rohr. Da geht es nicht weiter. Und hier haben wir vorhin durchgeguckt. Na ja. Schauen wir mal weiter, Luke. Wir wollen ja auch noch sehen, wo die Flugzeuge sind. Und die Flugzeuge dann mal gestartet sind. Gehen wir mal jetzt hier. Und verlassen erst mal das Sperrgebiet wieder. Ja. Also wenn ihr auf dem Schild steht, ich zeig es euch nochmal, wenn ich jetzt immer am Laufen bin. Gucken wir hier nochmal drauf. Lasst ein Like. Und abonniert. Ja. Wenn hier steht... Zwei Montagehallen. Und... Ne. Zwei Werkstätthallen. Vier Montagebunker. Waggonaufzug. Über 20 Kilometer Stollen. Das ist Wahnsinn. Aber leider... Alles mit Beton verplombt, dass man nirgends wo reinkommt. Mama ist schon da hinten. Ja. Hier ist der geheime Ausgang. Na dann... Machen wir die Tür wieder zu. Tau. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.